Herzlich Willkommen zu einem neuen Spiel von Age of Empires. Wir spielen heute die Kampagne weiter. Äh, warte, nee, das war nicht schon. Was mache ich hier? Kampagne, wir waren glaube ich im, warte jetzt, eins, zwei, drei, vier, vier, oder? Fünfte Mission haben wir jetzt schon gemacht, aber wir machen jetzt weiter den Zirkel von Osus. Spielen. Osman wurden in der neuen Welt besiegt. Morgen und seine Männer dringen in den Dschungel vor, um den Mondsee der Azteken zu suchen und treffen auf neue Feinde. Ja, schauen wir mal auf Indiana, glaube ich, auf Azteken. Azteken, Meier, da muss man schauen. Die Aztekenstadt ist nördlich von hier. Die Spanier belagern sie. Wenn wir den Azteken helfen, verraten sie uns vielleicht, wo sich der Mondsee befindet. Was ist mit den Türken? Sie sind besiegt. Wir töteten die meisten Überlebenden im Urwald und die Spanier nahmen den Rest gefangen. Hilfe! Töte die Bestie! Schnell! Ganz weiß. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich schon. An den Wänden der Höhlen auf Malta. Das gefällt mir nicht. Diese neue Welt ist voller Gefahren. Bedeutet diese Kreatur, dass der Zirkel von Ossus die neue Welt erreicht hat? Leider ja. Und wenn der Zirkel nach dem Mondsee sucht, müssen wir vor ihm da sein. Bereitet die Männer vor. Die Aztekenstadt liegt tief im Urwald. Wir müssen uns bis dort durchschlagen. Okay. Müssen wir jetzt den Azteken helfen und die Spanier besiegen. Äh. Warte. Ich habe Kavala nicht schon mal was. Äh. Einfach Handpfutzen. Ne, ja. Die Spanischen Hunde lassen einige Azteken das Gold für sie abbauen. Äh. Nein, nein. Quick, 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 quick. Quick, 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 quick. Was, was, was? Ah, jetzt gehen wir so. Einer der Gefangenen hat uns den Weg zur Aztekenstadt gezeigt. Wir müssen einen Handelsposten errichten und ein Bündnis mit den Azteken schließen. Warte. Es kann ja mal sein, dass da welche kommen. Oh, ich mach jetzt. Oh, 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 oh. Oh, man, das sind viele. Redige. 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 Hm? Seid Willkommen in unserer Schlacht gegen die Spanier. Was soll ich jetzt machen? Unser Planwagen ist gekommen. Wir müssen mit seiner Hilfe ein Dorfzentrum in der Nähe des Handelspostens errichten. Ja, hier. Okay, suchen wir Nahrung. Ähm, eine Kaserne. Ja. Obwohl die Kenedchen. Äh. Oh Mann. Oh Mann, sind das viele. Wir müssen den Azteken bei der Verteidigung ihrer Tempel gegen die Spanier helfen, bis die große Aztekenarmee eintrifft. Ja. Meine Güte. Ist aber nicht so schlimm. Ja. 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 udabstril. Ja. 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 Ich habe viel zu viel Holz, gell. Oh, wir brauchen noch eine Leer-Kaserne. Juhu! Wir haben noch mal ein paar Truppen. Oh, sie sind noch mal. Das muss ich auch noch befreien. Die befreische auch noch mal. Oh, 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 oh. Viele. Nein, komm hoch! Nicht die Kavallerie, nicht die Kavallerie! Nicht die Kavallerie! Der mit. Nein, die Kavallerie. Nein, der geht. Nein, der geht. diese krieger werden euch im kampf helfen die rochers im kampf gegen die spanier stark sein das können sie noch bauen ein Volk und Netto da weiß ich nicht mehr jetzt Forster Heil uricht uricht yes für die Hunde Heil Heil we lass meinen Siedleinenruh meinregüte wasnt los mit denen so aggressiv auf meinen Siedleinen lass den er doch jungen er ist jungen Mann Hörst dich, du kannst du dein Leben? Ja? Schauf, ich bin mit ihm mit. Bist du kannst du dich? Sch USD! Du bist du ein Bild? Geräusche geht! Schatz, ich bin mit. Schatz! Schatz! Schatz? Schatz! Schatz, ich bin mit. gar nicht raus ach komm jetzt ok ich boche kaballari k k diese krieger werden euch im kampf helfen k 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 ich kann sie gar nicht mal reparieren damit wie lange noch fünf minuten das überlebe ich ja auch ja 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 Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ah, ich weiß nicht. Die große Aztekenarmee wird bald hier eintreffen. Wir müssen unsere Tempel schützen. Ich habe fast keine Siedler mehr. Das war ein bisschen schlecht gespielt. Das war ein bisschen schlecht gespielt. Oh, 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 oh. Es ist jetzt so! Das ist jetzt so! Schöpfe, Kommandament. Woh! Schöschl! 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 Besunke! Yes! Wie auch! Ja, Mensch, ich hab keine Truppen mehr gehabt! Oh, oh jetzt jetzt knapp! Jetzt ist es knapp. Oh Mann. Ich muss umbauen. Ich muss wechseln. Oh Gott, was verkauf ich jetzt? Dammit, ich hab keine Nahrung mehr. Oh, jetzt kommen diese Armeen. Mein Läufer berichtet, dass die Aztekenarmee unterwegs ist. Noch 11 Sekunden. Es darf nicht kaputt gehen. Nein, 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 nein. Die Spanier haben einen der Aztekentempel zerstört. Oh, das stimmt. Die Aztekenarmee ist eingetroffen. Entschuldigt. Oh, du bist. Oh, du bist. Oh, du bist. Jay, Jakku! Geben wir mal die... Oh, du bist. Schau. Die Mission. Yes. Was jetzt? Sollen Sie uns die Spanische Dorf-Zentrum, okay? Okay, das spanische Dorfzentrum. Gehen wir mal hier hoch. Ich bin gleich mit. Der Rest kann hier bleiben. Genau. Ich bin gleich mit. Ich bin gleich mit. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Okay. Hm. Hm. Die Spanier sind auf der Flucht. Das Dorf ist gerettet. GG. Ich habe es geschafft, die Mission in English. So, wir haben also nicht nur Azteken gefangen genommen, sondern auch einen Türken. Was tut ein Osmane in der neuen Welt? Ich suche keinen Streit, Conquistador. Ich wollte nur auf eine alte Karte sehen. Si, si. Der Lago de la Luna. Ich habe die Karte auch gesehen. Nein. Meine Schatzflotte wird in La Florida halt machen. Das Wasser aus dem See wird mich reich machen, wenn ich nach Spanien zurückkehre. Aha. Ihr würdet das Wasser also selbst nutzen. Ihr Conquistador seid auch nicht besser als der Zirkel. Ah. Schon wieder diese alte Geschichte. Der Zirkel hat Enklaven in Prag und Alexandria. Selbst in eurem geliebten Spanien. Habt ihr die weißen Tiere nicht gesehen? Pah. Der Zirkel von Osses ist bloß eine Legende. Wegen Schießpulver und Stahl kann er nichts ausrichten. Werft den Türken ins Verlies zu den anderen. In Spanien erwartet ihn der Scheiterhaufen. So tief gefallen, der arme türkische Soldat. Bis zum nächsten Mal. Euer Nautilus Gamer. Bis zum nächsten Mal.